Das ist meine Beziehung und das ist meine Freundin, das ist mein Kind und das sind Menschen mit denen ich auf Augenhöhe diskutieren kann. Da bin ich Ratgeber und da bin ich Sexualpartner. Hier streiche ich sexuell und hier streiche ich nicht sexuell. Guten Morgen! Ja wir lieben es in Kategorien zu denken, jede Person in irgendeinen Kasten zu stecken. Aber jeder Kasten der Mannigfaltigkeit und der Einzigartigkeit der Menschen die ihr liebt nicht gerecht. Ihr beschneidet ihn in seinem Wesen, nicht als solches aber in Eurer Wahrnehmung. Ihr baut einen Tunnel. Ich habe aufgehört in diesen Kategorien zu denken und ich sage Euch was, es ist unglaublich, es ist unglaublich faszinierend wie viel mehr man plötzlich an anderen Personen wahrnimmt. Die Ratgeberin kann plötzlich auch Spielgefährtin sein, der Sexualpartner gibt auch eine gute Vaterfigur ab und die 14jährige Tochter ist auch eine ernsthafte Diskussionspartnerin. Das kann man allerdings nur erfahren wenn man diese Person nicht kategorisiert. Wie kann man von Liebe zu anderen Menschen sprechen wenn man ihnen nicht den Respekt erweist sie alle umfänglich aufzunehmen. Wie kann ich als 38jährige Mann einer 60jährigen Frau verweigern sich mir sexuell zu öffnen, nur weil ich denke boah das könnte ja meine Mutter sein. Kasten Mutter. Vielleicht ist diese 60jährige Frau nicht mal Mutter und trotzdem stecken viele Männer ältere Frauen oft in diesen Kasten. Lasst doch einen Menschen einfach mal Mensch sein ohne Kasten. Lasst ihn doch einfach mal gewähren in Eurer Umgebung. Und gerade der Punkt der Sexualität ist so stark geistig reglementiert, mit wem man Sex hat, das ist der Sexualpartner in ganz vielen Köpfen der Menschen. Vielen fällt es ganz schwer da genauso freundschaftlich und locker umzugehen wie mit Kumpels. Sprüche die diese Unbewusstheit fördern gibt es zuhauf. Gute Freunde überdauern ein ganzes Leben, Partner sind immer nur für eine bestimmte Zeit gut. Wieso? Was ist dann? Ist er dann tot der Partner weil die Beziehung zu Ende ist? Nein natürlich nicht. Der Mensch ist immer noch da. Aber man verbringt dann plötzlich keine Zeit mehr mit ihm weil die Partnerschaft zu Ende ist. Warum? Weil man sich abgewirtschaftet hat, weil man sich auf die Nerven gegangen ist, weil man auf eine Person fixiert war, die möglichst alle Bedürfnisse befriedigen soll und dann entsprechend Unmut entsteht. Aber wir haben es so gelernt EINEN Partner zu haben, das ist dann der oder die, den man liebt. Und dann die Freunde, die man freundschaftlich liebt. Das ist so ein Unsinn. So ein Unsinn. Man liebt Menschen oder man liebt sie nicht. Was Liebe ist dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und wenn man einen Menschen liebt, dann schaut man auch was man liebt. Was man mit ihm zusammen machen kann und was man mit ihm nicht zusammen machen kann. Situativ. Und dann macht man das eben nicht. Und wenn man es nicht macht, dann macht man das eben mit einem anderen Menschen, wo in der Situation, dass man eben das Gefühl hat, dass man das machen möchte. Diese indoktrinierte über Jahrhunderte immer wieder ins Hirn geschossene Abgrenzung und Einteilung von Menschen in bestimmte Kategorien ist unbewusst und das ist konditioniert. Löst Euch davon. Erfahrt Menschen neu, viel kompletter. Seid offen. Versucht auch andere Menschen nicht zu deuten oder zu analysieren. Was will der jetzt? Will der jetzt wirklich mit mir Väter beispiele, möchtet der diskutieren oder möchtet der einfach nur Sexualität? Sondern lasst einfach fließen. Spürt was ihr wollt und kommuniziert das klar entweder mit der Sprache oder Eurem Handeln oder Eurem Körper. Und sobald ihr merkt, dass er gegenüber anfängt Euch in einen Kasten zu stecken, dann sagt ihm das ganz klar, dass Euch das total egal ist was er da in seinem Hirn für Kategorien sich zusammenbastelt und produziert und auch nur weil ihr einmal Sexualität wolltet und gemerkt habt, oh da schwingen wir in der Sexualität und wenig anders, bedeutet das nicht dass ihr nun immer Sexualität haben müsst mit diesen Menschen, dass ihr Euch verpflichtet fühlt, weil ihr einmal Sexualität gelebt habt, weil ihr Sexualpartner seid, dann ist es oft so dass die Menschen dann sagen ich will einfach keinen Kontakt mehr oder sich lösen von dem Menschen, mit dem die Sexualität nicht geklappt hat, löst Euch von diesem Denken und fangt an zu lieben allumfänglich. Berührt eine Person die ihr berühren möchtet, achtet darauf wie sie reagiert und dann schwingt ihr eben gemeinsam oder ihr schwingt nicht. Genauso macht ihr das was ihr auch einer Fehlerbeispielen wollt. Ihr fragt eine Person die sagt Ja oder Nein und entsprechend spielt ihr dann Federball oder ich bin nicht Federball. Aber zu denken das ist jetzt mein Federballkollege und ich habe ja auch noch einen Sexualpartner, deswegen fasse ich den Federballmensch nicht an, obwohl es doch eigentlich schon gerne täte, sondern bleib bei meinem Sexualpartner, weil das macht man ja so. Dasselbe Unsinn warum wir Weihnachten Leuten was schenken, wir haben es so gelernt, aber das ist nicht das Leben, das Leben ist Schwingung, das Leben ist Energie. Und in einem Moment lebe ich eine Woche mit jemandem als wäre er mein Partner und in der nächsten Woche dann möchte ich vielleicht nicht mehr mit ihm zusammen sein. Viele Menschen interpretieren diese Lebensweise als Oberflächlichkeit, einfach nur Spaß haben und sein Ego befriedigen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Eine Liebesbeziehung mit einem Menschen aufzubauen, DAS ist die Oberflächlichkeit des Lebens. Denn Leben ist voller Dynamik, schaut mal auf die kleinste Ebene unserer Existenz, die Atome, die die Elektronen darin einfach auftauchen und wieder verschwinden, die ständig Interaktion zwischen Molekülen geschieht, wir leben in einem riesen Haufen an ständig umherwuselnder Energie und dann beschränken wir uns mit unserem Geist auf starre Strukturen. Ich kann nur empfehlen, hört auf die Menschen in irgendeiner Weise zu beschneiden, in der Beziehung zu Euch, sie in Kategorien zu stecken, hört auf in Partner und in Freund zu unterscheiden, lasst einfach das Leben, die Energie fließen und denkt nicht an die Zukunft sondern lebt im Jetzt. Das ist nicht kurzsichtig, wer mit der Energie fließt, der lebt zufriedener, gestern, heute und morgen. Das sind meine Erfahrungen und mehr als teilen und das als Alternativmodell vorstellen kann ich nicht. Darüber nachdenken, das eventuell ausprobieren und selber zu bewerten, das wäre Eure Sache. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen Tag, machts gut Euer Christian.